Dieser gebrauchte Land Rover Range Rover Evoque W ist hier zum Verkauf angeboten. Der graue SUV ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 13.000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2016. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Panoramadach, Xenonscheinwerfer, elektrische Sitze, und noch vieles mehr. Das Neungang-Automatikgetriebe überträgt eine Leistung von 179 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel liegt bei 4,8 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne mehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Gerne. şehir. Untertitelung des ZDF, 2020